A-L-O-A und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ja, wir sind auf dem Weg irgendwie ins GCP-D, weil wir da in die Leichen holen wollen. Mal schauen, was da überhaupt geht. Wird überhaupt irgendwie reinkommen? Nein, 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 ich will gar nicht mit euch. Ja, das ist gut, Leute. So, ihr setzt uns mit hier drauf. So, da geht's ins Blackgate-Gefängnis. Da ist... Alter, das ist so weit. Dann müssen wir aber, wenn ich das richtig sehe, links an irgendwas vorbeiführen. Ja, das wäre ja da hinten. So, da können wir uns katapultieren. Dann geht's ein Schrittchen schneller. Ach, da sehen wir sogar wieder, wo wir hin müssen. Sehr gut. Hier können wir mal eben drauf landen. Ich springe direkt ein Stück weiter. Es ruckelt gerade ein bisschen. Finde ich nicht so cool, aber... Du sagst also, Black Mask ist nicht tot? Nö. Und er hat Lob nicht getötet? Nö. Und er hat keine Kontrolle mehr über seine Gang? Nö. Und irgendein Neuer hat seine Gang übernommen und all dieses Zeug gemacht? Jep. Und das ist der Typ, der die Wache hochjagen wollte? Jep. Und der ist jetzt im Blackgate? Jep. Und wer kontrolliert denn jetzt die Gang von Black Mask? Willst du jedes Mal? Nö. Haha. Verbrechen. Was macht ihr denn da unten? Mal kurz scannen, seid ihr mit Waffen? Oh, die haben Waffen, die haste Leute mit Waffen und da ist eine fett gepanzert da und... Ja, komm. Was soll's? Wir sind ja Batman. So. Eingelockt. Hallöchen. Äh, so. Oh, Sniper. Ernst hier. Äh, wisst ihr was, Leute? Wenn's jetzt hier auch noch Sniper gibt, also ich bin raus. Ich mag nicht ernsthaft. Das ist mir zu blöd. Sehe ich denn hier aus wie der Depp vom Priest oder was? Sehe ich jetzt auch noch... Ey, diese Scharfschützen. So, da hinten steht ein Scharfschützen drauf. Den seh ich. Da hinten steht doch noch einer. Äh, wo war denn Zoom? Zoom, Zoom, da steht noch einer. Aber ich muss doch... Ähm. Keiner gesehen. Alles cool. Achso. Aber ich will ja mal M drücken für die Karte. Das ist voll Bananen. Das sind da unten... Was macht ihr denn da unten noch? Seid ihr wie doof oder so? Ich flieg jetzt doch mal da rüber. Ähm. Okay. Cool. So. Und wie sieht mich hier keiner? Das ist chillig. Ähm. Aber ich soll da hinten... Aber ich soll da hinten... Irgendwann... Da von City Works... Oder muss ich wieder in irgendwelche Karten? Ja komm, wir springen nochmal kurz runter. Ja. Hallo. Verstärkung kommt! Mal kurz einen ausschalten. Runter mit den Samthandschuhen. Ähm. Genau. Ich krall neben mir! Die Bliedermaus los! Einfach mal durchgucken von mir. Alle immer versuchen Waffen aufzuheben, die Stinker. Aua. Alter, ich sollte hier weg. Ich sollte hier echt weg. Ich stell mich mal kurz hier drauf. Ah. Duhhh. Also ich hab das Gefühl, ich muss da unten rein, aber das überlebe ich doch nie im Leben, ey! Aber da ist mehr Zweckredein. Das überlebe ich nie im Leben. Was steht denn da? Ich kenne die Leiche in der Leichenhalle. Ja, also... Wusste ich. Au, lass das doch jetzt sein. Ich muss mal kurz hier weg, dass sich mein Leben wieder aufhört. Ich glaube, das ging ja, wenn man irgendwo das Gebiet verlässt. Ja, schießt ruhig alle. Oh, genau. Richtig. Er schießt, ich fall durchs Dach. Es läuft. Halt die Fresse. Der Gerechtigkeit wurde genüge getan, Jungs. Also, sehen wir mal unter die Maske. Das macht keinen Spaß. Das ist... Wo stehe ich denn jetzt? Hey. Äh, auch noch. Danke. Na, ich geh mal da runter. Ah, guck mal, da kann ich doch mit den Handschuhen irgendwas machen. Kein Plan. Was ich da machen kann, wir machen einfach mal. Ähm. So. Ach nee, jetzt kann ich doch so runter. Nett. Ah, so läuft das. Ja, toll. Ich muss trotzdem irgendwie da unten rein. Aber wenn ich noch da hinten gehe, da sind so viele Polizisten. Die töten mich einfach sofort. Ich bin zu. Nein, nein, ich bin nicht da. Umgerutscht. Das ist ein hufen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ja, tut mir leid. Ich höre dir das weg, dein Mann! Damit wird's schneller gehen! Schnellst du euch auf den... Die Frieder muss los! Verlangen! Ah, du! Wer hat denn da jetzt die Waffe? Da hängt einer irgendwo... Ach, Scheiße! Jetzt krieg ich's aber, glaub ich... Ja, was soll ich denn hier machen? Möchte ich ihm in den Arsch versohlen, oder? Oh, da ist einer! Noch jemand... Darf ich jetzt endlich... Ich meine, ich muss da unten... Ah, cool! Geht doch! So, wir haben wieder einen Stufenanstieg. Ist mir aber gerade relativ... B... Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Bringt mir das hier überhaupt irgendwas? R... in der ersten Ebene höher. Ich... Nein? F... F... Bin ich denn da? Wir gehen jetzt einfach mal... den Gang bis da... Weil, wenn ich da bin... Ich hab echt null Plan! Mann, das ist so traurig! Ich sollte diese Rohre mit meiner neuen Klebergranate verstopfen! Ah! Cool! Fünf... Äh, fünf, zweimal antippen? Jetzt funktioniert der Shit doch! Das ist so krass! So, ähm... Ich mach mal kurz doch den Stufenanstieg. Sicher ist sicher! Wir hatten hier hinten noch... Eine defensive Verwendung der Schockhandschuhe... Durch die... Batman-Angriffe von Kegnern mit... Betäubungsstäben abwehren kann! Aha! Gekauft! So, ähm... Und nun? Da kann ich bestimmt, ähm... Wenn ich es denn finde... Fernlenk-Kralle! Ehm... Nee, das ist offensichtlich nicht das, was ich brauche! Wenn ich da runterspringe... Dann bin ich im Wasser, das wär blöd! So, wir können mal irgendeine Granate hinbekommen! Das ist wie die Freeze-Granate! Wie ganz ist das denn? Ähm... Da würde ich gerne drauf hin landen! Cool! Ich würde gerne... Nein, das ist explosiv! Bad Claw! Bad Claw! Ich würde gerne mal da hin... Nein, das klappt nicht! Wie ging es ab? So ging es ab! Einmal in die Richtung! Bitte! Danke! In die Richtung! Bitte! Danke! Da ist die Tür, da gehen wir durch die Tür! Die Türen sind toll! Das ist die Tür, da gehen wir durch die Tür! Die Türen sind toll! Äh... Ruckel, ruckel! In die Richtung! Oh, da können wir wieder hier die Pfund werfen! Bam! Oh, das können wir mal Pfund werfen! Bam! So geil! Ähm... Hallo! Dankeschön! Ach, das ist doch hier unten, oder? Ja... Kommen wir mal hier durch! Mal gucken! Oh, da können wir kryptographisch Sequenzen! Ähm... Mache ich immer wahnsinnig gerne! Sterbhaus! Nein! Äh... Falsche Seite! Da aber... Sterb-Rippst! Nee! Sterbender! Nee! Dann... Totenende! Nee, nee! Totenhaus! So gut! Jetzt sind wir in der Leichenhalle! Hallo! Du bist nicht Bane! Das seh ich doch von hier! Es ist nicht Bane! Ach! Aber einer seiner Männer! Derselbe, den ich beim Aufstand in den Zellen gesehen habe! Ich sollte seine Leiche scannen! Ja, das mach ich doch alles! So! Warte! Kreisscanner da! Hm? Das Opfer wurde mit einer Chemikalie besprüht, die seine Physiologie verändert hat! Ich muss mir den Obduktionsbericht ansehen, um mehr herauszufinden! Äh... In diesem Computer sollte der Obduktionsbericht gespeichert sein! Okay! Wenn du das sagst! Ah, du kennst dich ja aus hier! Interessant! Das Opfer nahm eine starke Mischung, ähnlich der Droge Venom, bevor es starb! Es ändert den Muskel- und Knochenaufbau des Süchtigen und verschafft ihm eine außergewöhnliche Stärke! Was auch immer genau diese Mischung ist, sie reduziert die geistigen Fähigkeiten auf verschiedene Arten! Einschließlich schwerer Gedächtnisschäden! Auf lange Sicht kann es das Gedächtnis ernsthaft beeinträchtigen! Aha! Baines Pilesender! Das war's! Kann ich hier noch irgendwas machen? Finde das Signal von Baines Pilesender! Toll! Da ist schon wieder Nacht da rum! Tada! Ähm... An alle verfügbaren Einheiten! Uns wurden Schüsse in der Nähe des Royal Hotel gemeldet! Laut Zeugen kämpfen zwei bewaffnete Gruppen anscheinend um chemische Waffen! Alle verfügbaren Officers sofort zum Einsatzort! Naja... Chemische Waffen? Das sollte ich mir ansehen! Neee... Mach das nicht! Ich... So... Wir werden jetzt hier einfach den gleichen Weg zurückgehen, den wir bekommen sind... Und... Danke... Ähm... Ach, ich kann doch einfach... Tatatatatatata! Es war einfach! Ähm... Ich habe nur einen Plan, von wo ich komme... Das ist grad das Traurige von dir. Ich sollte mich zu Bane auf den Weg machen, bevor ich das Signal verliere. Fuck, das war eine dumme Idee. Ne, hat keiner gecheckt, dass ich da bin. So, aufs Dach. Erstmal kurz Päuschen. Damit ich rauskriege, wo ist denn Bane-Signal? Bane ist... Bane? Wo ist denn Bane? Da oben ist Bane! Alter, ist der weit weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier das Moped. Ähm, nein, nicht das Netzwerk-Rallye. Da! Batwing-Mobständer. Hoch, rüber, runter. So werden wir das jetzt machen. Dann schauen wir uns... Hörst du... Nein, hör auf! Ich... ach... Ähm... Ne, alles gut, wir wieder weg. Ich will ja mit keinem spielen. Die tun uns alle weh und hauen mich und ärgern mich und gehen auf den Keks. Äh, Leute! Dann würde ich sagen, wir sind ja in der Nähe von... Banes Pilesender. Läuft ja ganz gut. Dann soll es das allerdings für diese Folge wieder gewesen sein. Ich danke dir mal recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne mal einen Kommentar oder Daumen hoch da lassen. Das würde mich tierisch freuen. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part von Batman Arkham Origins. Haut rein!